1 2 2 2 3 4 5 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 6 Jetzt müssen wir natürlich nur ein Auto finden Ich habe nur eins Ich habe nur eins Ist das ein Motorrad hier vorne? Ich glaube schon Ich glaube Ich habe da was Ja, safe call Motorrad zu hinten Komm runter du Lauch Sturzflug Jetzt mache ich die Beine Jungen Willst du eine Abkürzung mit mir fahren? Dann fahre ich nur einen Berg runter und hoffe, dass der nicht so tief ist Oh Boah Krasses Zonenglück Oh Da kommt bestimmt einiges zu uns Da müssen wir eigentlich schnell wuten Und auch eigentlich nicht zu weiter sein Weil So zentral wie Primark ist, wird da Denk ich bestimmt noch mal was vorbeigucken Gucken Geht ja schon fast nicht zentraler, so südlich wie Primark geht Also, ne Ja Willst du mich Hallen raus? Die Hallen? Das geht LACURA LAXA' LACURA LAXA LACURA LAXA Ja, alles klar. Oh, nein. Ja, war toll. Oh, total cool. Ich dachte, da wird mehr passieren mit dem Motorrad. Einfach überschlagen. Ja, hab ich eigentlich gesagt gehofft. So ein bisschen. Oh, SKS. Das beginnt doch schon mal nice. Ja, wenn du snipern könntest. Oh, das krieg ich hin. Willst du eine Mini haben oder eine SKS? Wenn würd ich die Mini nehmen. Wieso denn? Ja, komm direkt her, wir sind grad beieinander. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich's will. Junge, ich weiß das doch noch gar nicht. Vielleicht find ich ja auch nicht klar. Ja, nicht leg ich's da irgendwo ab, wenn ich's nicht brauche. Ne Karrrrr. Leg's da ruhig auch erst nochmal ab. Alles gut. Komm, Fahrzeug, ich stür den jetzt mit meiner Granate. Komm mal über Scheiße. Komm mal über Scheiße. Äh, hier ist noch ne SKS. Hier ist noch ne SKS. Ich kenne ja auch nichts dafür, ne? Weißt du? Der Lukas, ne? Hat einfach nur Spaß, ne? Aber die Holländer, die Deutschen, ne? Klick die Mini jetzt weg. Ja, leg die ruhig weg. Äh, in der hintersten Halle. In der hintersten Halle. In der hintersten Halle. Alright, boy. Reit West. West, boist. Scheidämpfer, AR. Kann ich aber auch auf die Dings setzen. Tja, nice. Ja. Na, dann hast du so'n Scheidämpfer, der, äh... Ja, für die Mini und für die, äh... Ne, für die SKS kannst du den? Ja. Ah, ja. Dann hast du'n Scheidämpfer, der auf die DMR und SR passt. Ne, AR passt. Es gibt auch Scheidämpfer, die nur auf AR und... Klingen die dann auch anders? Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt... Oh. Cool, der Käppig ist schon nicht. Ja, da ist das Flugzeug geflogen. Äh, Raph, du bist ja grad, das fliegt Richtung 250. Kannst mal gucken, ob das da im Meer runterkommt? Guck grad, aber... Ne, glaub nicht. Ne. Hier ist noch ein Dreierrucksack, hab ich schon. Hinten, bei dem einen Haus und neben schon. Du hast bis Moimoi... also machst Moimoi runter, ne? Mach ich von oben bis Moimoi? Ja, ich bin von Moimoi in die Mitte gerade gegangen. Ne, ist der SKP-Package leider auch nicht. Schade. Du hast die Chance eigentlich ja immer ganz groß. Ah. Direkt in der Zone ist. Machen wir uns dann nochmal Gedanken darüber, wann wir uns so... Ich brauche erstmal ne Waffe, bevor ich dann auch gehe. Ne, darum geht's nicht, sondern... Das ist nur ein AK und ein M16 bei mir. Ah, ich brauche ein Mini hier fort. Ich arbeite mich jetzt, äh, zu euch. Wo waren die AK und die M16? Mit dem kleinen gelben? Mit den zwei Eus... ja. Die zwei gelben da. Das ist der Rechte von denen. Okay, seit ich nächstes bin, dann würde ich darauf... Zwei Einzelner. Darauf zurückgreifen. Okay, Passi, worüber... Oder hä, worüber sollten wir uns Gedanken machen? Ne, es ging nur darum, dass wir dann, ähm... Genau, dass wir halt nicht zwei auseinander, und dass wir danach machen, weil wir könnten nicht hier bleiben und einfach die ganze Zeit hier fighten. Ja doch, das können wir eigentlich schon. Oder halt... Ja, ich meine ich ja. Oder halt nochmal woanders hin, und dann... Richtung... Mal gucken, wo die Zone landet dann nochmal, ne? Die Zone wird jetzt leiden, aber jetzt können die... Könnten die ganzen... Ich brauche noch einen Helm und die zwei Reste. Dann Helm könnte schon gebrochen. Ich schaue mir jetzt die Scheiße, aber nach dem nächsten Gebäude... Nein, sei es hier. Ich brauche... Kommt ein Boot. Ja? Scheiße. Ja? Scheiße. Und wo? Ich muss schnell die Waffe holen. Fährt das hier an unsere Küste? Ja, die sind... Ich weiß gar nicht... Auf 145. Ähm, auf 145. Gelandet? In Lagerhallen irgendwo. Lande. Scheiße. Laufen Richtung Lagerhallen, ja. Die erste Reihe von Passes, äh... Seite, ne? Also irgendwo bei mir. Die M16 Muni hast du dir genommen, ne? Roger. Ralf kannst du nur noch sagen, wo wir sind. Ja, der ist hier. Am Eckhaus hier. Hinter der Mauer. Einer? Zwei? Ein ganzer Squad. Einen hab ich. Läuft einer weg? Ist am roten Haus. Ich bin am roten Haus. Ne, hier am vorderen. Mit dem kleinen? Einstöckigen? Nein, irgendwo hier. Okay. Ich hab wirklich nicht viel Munition, ne? Ich kann nicht viel machen. Ja, fünfmal kann ich dir gehen, wenn du zu mir kommst. Die haben jetzt bestimmt den Typen auch geheilt, den Passi da auch noch, ne? Die sind da irgendwo bei dem blauen Haus. Ja, kannst du mir kurz... Ich komm kurz zu dir, ich brauch Muni. Ja. Geh da in Deckung und dann... Ah, korrekt, danke. Wollen wir, ähm... Ja. Wirst du gucken, das war die Kriegen, die Boys, ne? Ich geh mal Richtung Lagerhalle. Damit wir die so flankieren können, vielleicht. Die sind bestimmt weggerannt auf die andere Seite, oder? Da läuft einer. Da läuft einer. Was heißt der? Vom Baum an der... Ah, bei mir ist direkt einer. Bei der kleinen Hütte hier. Vorsicht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich bin down. Da war noch ein zweiter. Ich hab einen down. Der andere könnte mich jetzt finishen. Der ist direkt an der Mauer. Der finish mich, der finish mich. Fuck. Da war da noch ein zweiter, ey. Scheiße. Ja, einer ist auch down bei dir. Ja, der wird den anderen jetzt heilen in der Hütte. Genau da rechts rein ist der Raff. Ja, die haben die Tür auch zugemacht. Wenn du eine Granate hast... Ich hatte Granaten, falls du die schnell snacken kannst. Ja, da kommen sie. Ja, da kommen sie. Alter, Raff. Ja, das ist echt. Nice. Aha, schön. Ja, alle down. Egal, ihr macht das. Ohne Helm. Ohne Helm. Er hat zwei... Er hat... Der eine hat dreier hin gehabt, den ich so am Elf in der Dawn hatte. Dann war da noch der zweite. Ja, war da jetzt ärgerlich. Ich hab den einen so gut umgelaufen. Der eine Qualitätsdauer steht hierher hier. Ja, ich hatte noch ein paar Granaten, bisschen Haltzeug. Munition hatte ich nicht viel. Müssen wir gucken, was er noch soll aufsetzen hat. Ja, die Fuchs nennen. Ey, hier, der hat nichts mehr. Die Gegner gucken euch aber noch zu. Ja, der gar nichts. Die sind auch noch dabei, euch zuzugucken. Die maiden euch jetzt bestimmt. Ah, guck mal, ich kann hier... Den Shally kann ich nehmen. Kann... ähm... Ja, willst du den Shally nehmen, oder soll ich den nehmen? Seid ihr mal noch in der Zone? Ne. Muss mal gucken, ob mein Helm beschädigt ist, Raph. Hab ich... Ich lag da hinter der Mauer. Also da jetzt links um die Ecke. Irgendwo hier müsste auch noch einer liegen. Hä? Jetzt rechts, Raph. Hinter der Hütte, genau. Genau auf der anderen Seite der Hütte, lade ich. Da, wo die Gegner drin waren. Ach so. Setz da links um die Ecke. Da. Da war ich schon, da war ich schon. Da war ich schon. Muss mal gucken, ob mein Helm... Ob ich was drauf im Helm bekommen hab. Ich hab jetzt beides... Ja. Ah. Aber du hast nen Helm. Beides gescheite. Ähm, hast du Sunny zur Graf? Drei Schmerzen und ein Energy. Ja, dann geh ich dir gleich mal ein bisschen was ab. Weil ich brauch... Platz für Muni. Ich würd vielleicht... Ich glaub ich kann euch nix mehr markieren, aber vielleicht so ein bisschen... Falls ihr nicht noch... Bestimmt Curry laufen. Dringend was looten wollt. Ja genau. Entweder... Den weit da raus oder hier links von Primark. Bestlich von Primark ist ja auch ein Berg. Da könnt ihr dann gleich beobachten. Ihr habt hier glaub ich beide ne gescheiterte Waffe, ne? Ja genau. Könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen reingucken. Und vielleicht auch noch ein bisschen schießen. Je nachdem ob die Situation das erlaubt. Boah Raff, ich kann hier leider nicht zugucken. Ich muss Passi zugucken. Guck, Passi zu. Ich hab leider kein größeres Kopf gefunden. Das ist echt schade. 2x3 hab ich nur. Das ist mein Druck weniger. Siehst du Passis Fehler. Also bei Passi... Also bei Passi bugt das manchmal... Aber das ist immer so, wenn... Wenn er schießt, dann sieht die Hand... Das ist die Hand... Das ist die Hand... Das ist die Hand... Das denkst du... Aber ich schieß einfach mal weit vorbei. Bei mir läufst du aber weit. Vorhin hab ich auch nicht geleckt beim Schießen. Ich hab mir voll verzogen. Und mit Glück getroffen. Ja. Ja. 28 noch, ne? Ja. Ja. Wollen wir hier hoch? Ja. Was? Ja... Ja. Mai, see you. Was hast du einen neuen Helm gefunden? Ja. Ich hab deinen Helm gefunden. ich habe gesehen ich brauche keine ja das stimmt und die Typen haben auch gedacht die D-Day nachspielen haben die voll aufs Mal bekommen ja das ist ja ein Schuss als Waxclub da war Lacko Relaxa Lacko Relaxa ja dann schön war unser Live war live chillen im Krummlegen bin ich denn fest ich kann die Karte ein bisschen im Auge behalten ich hätte gerne ein besseres Scope für meine SKS ich habe einen Ruhepunkt ich habe da noch 3er noch hingelegt ich habe da noch 3er noch hingelegt lecker ist ja noch in der Zone kannst du ja noch nicht hinlaufen ne wenn du willst kann ich den 3er geben ne hast doch keins nein aber aber du hast doch nen Schally ne ich habe auf beiden ne Schally hab ich doch gerade erzählt ja easy wir schaffen das schon gemeinsam ja einfach ein bisschen raffen Hand von Hand 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 in Hand Bruder Hand in Hand ja der CS Wohler Esch oder wie die hier heißt ja er ist Wohler Esch ja er ist Wohler Esch wir haben das auch Hand in Hand gemacht ne ein bisschen abklatschen dann läuft das schnack den Klub nicht die Frage ist kennst du ihn überhaupt ist das ein Dorfklub ist die Stadt Wohler Esch Wohler Esch Wohler Esch Wohler Esch Wohler Esch Wohler Esch wie groß ist das neben der Hauptstadt neben der Hauptstadt was haben die 50.000 haben ein Wohler was aussieht Peine ich müssen mehr mittlerweile der Fischlingspolitik aber jetzt wird durchaus mehr sein mittlerweile so Zorn ist fast da ja Quarry Wohler Esch haben in letztes Jahr drei Vereine in der ersten Liga gespielt aus Esch ist ja wie Londoner ist ja wie Londoner es gibt Esch oder Kuhdörfer und noch Dödlingen und halt die Hauptstadt und der Rest ist halt ja und dann denkst du dir eigentlich bei der SCARP was wie ein Programmerspiel mit Kim und Korn noch gesagt ich geh drauf eins ab weil es halt einfach ja aber Programmer haben normalerweise immer auf dem Rollpunkt Visier dabei zur Not ja ich kann ihn auf dem Rollpunkt trocken guck mal guck mal guck mal ob ich noch alles habe hier guck mal ich seh dein Inventar nicht ach scheiße ja ich hab heute einfach 85 ich hab zwei Adrenalinspitzen einen in der Hitztasche übel zu viel Energy ich bin halt für den Krieg vorbereitet nicht für so einen Lachsverein hier ja gehst du aber sehr davon aus dass du sie kassieren wirst du im Krieg ja 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 ich ja ne ja 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 Dann willst du schon hoch, oder wollen wir nicht einfach hier warten? Nee, hoch. Hoch. So an diesen Zwischenebeln, dann habt ihr eigentlich eine ganz gute Position. Dann müsst ihr nur hoffen, dass euch keiner von oben hochkommt. Ja, aber er fleckt sich einfach straight hoch. Ich hab gar nichts gesehen, wo hochkommt. Man kann nicht, wenn die über uns sind, so dass es dann endet. Ich muss halt deine Lausse aufschreiben. Ja, aber lass uns mal kurz dann warten, wenn wir hier drunter sind. Oh, oh, hier ist er da, hier ist er da. Auf dem Turm? Der hat das gesehen? Ja. Da warst du schon oben, oder nicht? Wo ist der denn? Der ist nicht runtergegangen. Echt? Der ist ins Fäuschen da, glaube ich. Ach so, okay. Nee, der ist runtergegangen. Okay, das habe ich natürlich. Also, dass der mich nicht gesehen hat, ne? Man, ey. Da wird etwas hin. Da wird etwas hin. Wo ist der denn hin? Vielleicht wurde der vom Cap-Packet getriggert. Das ist ein heller Helm. Ja, neben dem... Bei uns ist ein neuer 2. Pass auf, dass er da nicht hinter dem Schreibtisch liegt. Das ist eine Propaganda-Zeitschrift. Ich will das jetzt hochkommen, oder wurde vom Cap-Packet getriggert. Ja, dann lasst uns aber mal bitte hierbleiben jetzt. Aber komm mal ein Stück zurück noch. Die können ja von hinten jetzt auch von uns... Ja, ihr müsst euch eigentlich am Rand da weiter bewegen. Boah, geil. Aber in den letzten gefühlten 4 Zonen ist keiner gestorben. Das stimmt, ja. Nur weil der Typ euch entpicht, dass es keiner gestorben ist. Das ist auf, dass er da nicht irgendwo hinter uns liegt. Das ist auf, dass er da nicht hinter uns liegt. Das ist auf, dass er da nicht hinter uns liegt. Ich bin schallgedämpft oder Minungsfrei-Dämpfer. Da sind wir da im Sumpf. Wird da geschossen. Nein, ich lebe mich in die Zunge. Ich schalte nur mal heilaufgraf. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Du guckst nach hinten, ich guck nach vorne. Oh, da oben könnte auch was sein. Ja, könnte nicht nur was sein. Wir müssen jetzt hier hoch. Oder wir gehen hoch und es ist in der Engel so ein Häuschen da oben, so eine Hütte. Hier oben wurde geschossen. Ja, willst du jetzt bief oder nicht brav? Ja, sag du mir. Wir hätten Fahrzeug irgendwo. Ist unter uns. Ja, komm hoch, hier oben ist nichts. Erstmal die Hütten safe. Nice. Ach, komm hoch. Thema. Mal gucken, dass keiner hier hochkommt. Ich glaube, hier oben ist es irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Der ist bestimmt dann doch noch eine Ebene unter dir. Ein bisschen so auf 15 Grad, denke ich. Vielleicht liegt der da auch so auf der Stahl. Mal gucken, wie sie gleich in der Zone sterben. Unter, unten in den Query laufen zwei. Ja, ist egal. Erstmal. Wir haben Raff gesehen. Schießt du Gott hier oben auf der Ebene? Ja, ne? Ja. Ja. Ich denke, dass da... Nicht unter mir was. Ich denke, dass da... Bisschen da, so wie du guckst, da so gerade aus dem Hang, da ist ja glaube ich noch eine Ebene tiefer. Da hinter, um diese Ecke da. Ja, da meinst du, ne? Da so. Ja, ungefähr so, da. Da müsstest du da oben verlegen. Mal gucken, wie viele jetzt sterben. Kann ich sein, dass sich alle hier reinlegen. Die sind da gerade rechts hier in den Straßen hochgelaufen. Oh, bei mir hier oben. Hier oben. Die beobachten, die wollen wissen, wo die Schüsse herkommen. Da von Raff, wo ist die ein Ball? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Riesen wie das. Ja, ich hab' keinen gesehen hier. Hä? Hä? Ich denk' ich hochgekommen sein, oder wo. Weiß aber nicht genau. Den kannst du nicht sein. Okay, also ihr müsst dann von Quarry runter, ne? Entweder ein bisschen abwarten, bis die sich fertig gefightet haben, oder versuchen, im Kampf davonzukommen. Das muss die entscheiden. Ja, ich pumpe mich kurz hoch, und dann lassen wir von mir aus gesehen gerade aus. Ist ja nicht die Sanitätszahn. Hättest ja gar nicht die Adrenalin spritzen müssen. Ah, vielleicht werde ich angefragt jetzt. Ah, ah, okay, okay, das, das stimmt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass nichts mehr von hinten kommt. Hier irgendwo im Sumpf schießt oder was? Boah, hier ist ja richtig offen. Ja, das hat schon ganz oft das Problem. Hey, Raff, wir machen einfach zum Häusern jetzt, und ich will es dann eins rein, let's go. Sonst könnt ihr auch da an diesem Hang vor den Häusern, wobei eine Hinterrichter noch tiefen ist, wenn das so schlau. Kamikaze, Muburaka! Muburakalax! Welches sind das größte, das da? Moin Boys & Girls! Was ist in FGS? Lol! Guck mal ob da vielleicht noch irgendwo ein neuer Helm gibt 120 kommt was rein Ach Junge Rass rass das einfach zu Ende Ja warte, der holt das Also ihr holt das Ist ja auch ein easy win Auf 320 wird noch geschossen Alter, der wird aber richtig geknallt Richtig kann Da siehst du, hast du einen gesichert? Da siehst du, hast du einen gesichert? Hat er gestorben Da sind noch zwei Äh, zwei Stück von 310 Oh, kein Aber das ist schlecht auf jeden Fall Ähm Drei Stück auf 295 Oh, die laufen Die umlaufen hier gerade Und du hast natürlich ein rotes Hemd, Karo-Hemd an, ne? Das ist natürlich auch wenn ich im grünen Busch Was die da kunden jetzt, Leute sind in dein Dorf Einer ist vorbei Einer ist vorbei Okay, Bruder Volle Leute auf die Hütte Einer ist auf Südosten hier, gleich hinter dem Haus In meinem Haus? Nein, 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 nicht dein Haus Boah Ehrlich jetzt Ah, du hättest es nicht probieren dürfen Ne Einfach schön, ey Einfach schön Das ist doch einfach alles Einfach schön Bist du dich jetzt echt durch die Zone verrecken? Ich hätte ja mit der Thompson liegen sollen Ja, Dauerfeuer Das wäre klüger gewesen Ja Läuft Oh, da kam Oh, oh Ich würde eventuell einen Stellungswechsel an Stellung Leg dich in die Badewanne, das ist immer gut Bist du leider nicht mehr in der Zone Safety first Ja, links zwei Stück Wenn das jetzt zwei Dreierteams sind und die sich gegenseitig ficken, vielleicht kannst du da am Ende der Nutznießer sein Gleich Crash, Liga, Handy tot Vielleicht bist du sogar noch in der Zone, wenn du dich in den Raum da auf 65 Grad liegst Da läuft noch einer mit dir Da, geh hier raus Da, dabei Langsam hab ich das Spiel, langsam hab ich gerückt und aim und bewegen und so Langsam läuft Da, dabei